Musik Willkommen bei dem Luxuskreuzfahrterlebnis, in dem alles nur erdenklich im Reisepreis enthalten ist. Willkommen bei Region 7 Seas Cruises. Die Perle unseres Alles-Inclusive-Angebots sind die kostenlosen und unbegrenzten Landausflüge. Jeder unserer Zielhäfen hat seine eigenen spektakulären Sehenswürdigkeiten. Und die Landausflüge sind für viele ebenso Herzstück unserer Kreuzfahrtrouten wie die Zeit an Bord. Große Reisen erfordern normalerweise akribische Planung und gehen mit nicht unbedeutenden Kosten einher. Bei kurzer Aufenthaltsdauer sind durchdachte Landausflüge daher ein großer Vorteil. Wenn Sie ein Reiseziel wirklich erleben wollen, kann das schnell zur Belastung für Ihren Geldbeutel werden. Musik Die kostenlosen Landausflüge von Regent befreien Sie von den Kosten und Mühen vom Reisen auf eigener Faust. Wir haben für Sie schon vorausgedacht. Sie sind kostenlos und unbegrenzt und Sie lernen die Geschichte, Kultur und Küche des Reiseziels auf eine Weise kennen, die sich dem Individualreisenden entzieht. Musik Sie können in jedem Zielhafen unbegrenzt, unkompliziert und ganz nach Lust und Laune an Landausflügen teilnehmen. Musik Aktiv oder entspannt, Halbtagsausflüge oder ganze Tage, Touren mit Guide oder unabhängige Spaziergänge – die Wahl liegt ganz bei Ihnen. Musik Entdecken Sie die Welt mit erfahrenen Guides und gleichgesinnten Reisenden in komfortablen privaten Transportmitteln. Warteschlangen, um von und an Bord zu kommen, gibt es bei unseren Schiffen mit Kapazitäten bis zu 700 Passagieren nicht. Wir geben Ihnen sogar eine Wasserflasche gratis mit auf den Weg und wenn Sie wieder an Bord gehen, sorgen wir dafür, dass es sich fast wie eine Heimkehr anfühlt. Auch der Buchungsvorgang ist ganz reibungslos. Sie können vor der Einschiffung bis zu 240 Tage, das sind acht Monate, im Voraus buchen. Und sollten Sie es sich an Bord noch anders überlegen, ist das auch kein Problem. Geben Sie unserem Destination Service an Bord Bescheid. Wir beraten Sie gern mit alternativen Optionen. Als Branchenführer bietet Region 7 Seas Cruises mit den kostenlosen und unbegrenzten Landausflügen in jedem Hafen ein unvergleichliches Preis-Leistungsverhältnis. Musik Für wagemutige Passagiere haben wir unter dem Namen Region Choice ein Angebot zusammengestellt, das den Entdecker in Ihnen weckt. Gegen einen geringen Aufschlag bieten wir Ihnen zu Lande einmalige und noch individuellere Exkursionen an. Sie müssen uns nicht glauben, unsere Gäste schildern einige ihrer Eindrücke von unseren kostenlosen Landausflügen. Die Touren sind wirklich auf einem anderen Niveau als das, was wir gewohnt sind. Wir fuhren in einem 50-Sitzer-Bus, der mit bis zu 28 Gästen besetzt war, was das Ein- und Aussteigen angenehmer machte. So fühlten sich die Ausflüge nicht überfüllt an und waren insgesamt exklusiver. Einige der Landausflüge machten mich neugierig auf Orte, die ich wieder besuchen möchte und andere ermöglichten mir, an Orte zu kommen, die ich sonst nie gesehen hätte. Allesamt waren sie hochinteressant und haben viel Spaß gemacht. Schränken Sie Ihre Reiselust nicht ein. Mit kostenlosen Landausflügen von Regent sind die Möglichkeiten wirklich unbegrenzt.